Musik Willkommen zu unserem nächsten Kepia Online Video. Es wird wieder musikalisch, aber diesmal auf andere Art und Weise. Wir wollen heute gemeinsam improvisieren. Und zwar ist das eigentlich ein Stichwort, was heute Morgen beim Frauenfrühstück, was wir über Zoom-Schaltung ohne Frühstück, aber mit gemeinsamen Gespräch und persönlichem Austausch begonnen haben. Und da kam zur Sprache, dass es auch eine Möglichkeit ist mit dieser Situation im Moment, mit dieser Zeit des Lockdowns, des notwendigen Kontaktverbotes umzugehen, indem wir improvisieren, indem wir Dinge einfach anders tun, als wir sie gewöhnlicherweise tun und ohne einen festen vorgegebenen Rahmen, der ja sonst unseren Tag strukturiert und einteilt und uns Ziele und Vorgaben macht. Und als ich im Anschluss mit Matthias darüber gesprochen habe, sagte er sofort, das ist ja auch etwas, was in der Musik eine ganz wesentliche Rolle spielt und ein wichtiges Moment eigentlich auch deiner Arbeit hier ist, nämlich zu improvisieren. Und wir spielen heute auf zwei Instrumenten, die aus Holz sind. Das eine ist die Schlitztrommel, bekannt aus therapeutischen Kontexten und das Xylophon, was wir ja alle mindestens aus der Schule kennen und sonst auch vom Orchester, im großen romantischen Orchester überwacht und so weiter. Wir unterhalten uns mit Musik in Musik. Vince, das ist das Sitzng. Du musst in die Musik ein bisschen ab Sri Mountain, Du musst nicht gleich immer lachen rum. Wir nehmen mit Musikczern dazu. In dieser Sicht, der Doppelfarbe findet auch noch viele Schritte, Wie 있죠? Wir schauen, wie steht hierhing. Daher bist du supposedly. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020